So ein Idioter. Ich bin schon wieder down. Aber der bleibt auch noch so behindert stehen und kriegt einen auf Borscht. Das ist so blöd. Kannst du was? Ich nicht. Jetzt hilft er mir schon wieder. Aber wir können den Tresor aufbohren. Ja, aber ich will verrecken. Ich will das neu machen. So langweilig so. Vielleicht wenn wir aufbohren kommen wir wieder mehr. Ich weiß nicht, wer uns gesehen hat, da oben hängt eine Kamera. Ja, nicht nur jetzt der. Meine Kameras kriegen wir eh nicht ausgeschaltet. Weeah Limsha. Jetzt lass es sein. Jetzt lasst es sein. Dann lern die Kanzel aus. immer warten bis verreckt ist man sagt einfach nehmen gibt neustart und ende und dann die helfen uns auch noch die zigeuner die ganze zeit wie soll man das dann so mal schaffen weiss dir helfen die auch noch ganze zeit auf anstatt sie sich mal töten lassen das sich auch umbringen ich kriege mich auch gerade ja wir haben alle vor allem so ich bin tot was ist die immer helfen so gut dass die lust auf die ja ich lasse mich tot, lasse mich tot so und jetzt will ich auch aufhören geht doch, warum nicht gleich? also lasst uns die raus, einfach warten bis die rauskommt, die zwei dann die Leute da reinlaufen, da muss die dann ja wir müssen die dann auf dem Boden holen das ist da oben steht der typische Erkundungsmodus ja, aber wir müssen die wegholen weißt du, die zwei wie heißen die? bist du blöd? ja, hinter der Bank warten warten bis die zwei rauskommen wo die Karte haben umschlagen wie bist du da durchgekommen? hinten, das ist das Gebäude nicht durch die Bank ja, aber wie will ich es sonst machen? wir müssen ja erstmal guck, jetzt ist er draußen da müssen wir nur umschlagen soll man umhauen? ja, pass auf zieht sie denn die Maske auf? ja, ich zieh jetzt die Maske auf dann schlagen um zu den Patch beantworten na, ähm I don't I don't ah, shoot Karte? ne hä hä aber leicher nicht wer hat die scheiß Karte? ich weiß wer dann machen der schwarze? ja dann lebt, lockt den raus wir machen weg hey ich sei hier komm doch mal, komm will ich Gummibähchen die ist neu nie nicht rein ich komm nicht rein jaa ich will ihn aber umlegen wie kommst du jetzt raus, weißt? int morphine Das war's. Die müssen als erstes den Bulle umlegen und dann die... Und dann die an der Ding, an der Theke, dass sie keinen Alarm auslösen können, oder? Wie mein's? Du legst jetzt den Bulle nur den einen da drinnen um, tust du den Page an, wo ich leg die... Nein, wir müssen warten, bis er rauskommt. Der kommt davon raus. Dann musst du die Karte nehmen. Weil du hast, er schließt sie noch nichts auf. Und dann reingehen. Ich kann die Karte ab und nicht nehmen ohne Maske. Richtig. Ja, dann geh du von vorne rein, ich geh von hinten rein. Wir beide sagen, get down, get down und dann müssen wir schauen, dass keiner rausrennt. Die Kameras! Nein, die... Ich hab nichts gemacht, ich war nicht mehr in der Nähe. Wer hat uns jetzt bitteschön gesehen? Oh nein! Hä? Warst du in der Nähe? Ich nicht! Nein, die Kamera hat dich gesehen. Äh, wie soll die mich bitteschön sehen? Das sind voll viele, ich weiß, die hat mich vorher auch gesehen. Das war bei mir das gleiche. Hä? Du weißt schon, wo ich war? Ja. Wo war ich? Da hinten rum, um den Gebäude, da wo wir vorher waren, ja? Ich war in diesem... In dieser Werkstatt. Was gibt's da nicht? Da ist keine Kamera. Da war ich vorher auch schon mit Maske drin. Ja, jetzt komm, wir versuchen's. Ohne. Ist mir jetzt scheißegal, wir wollen Geld. Du musst den Border holen. Wir haben Spahn auf der Aegis-Kruise. Was für Bretter? Such mal so Bretter, such so Bretter und mach die... Mach die Türen zu. Such die Bretter. Was für Bretter? Ja, da gibt's Bretter, dann kannst du die Fenchel zumachen. Weißt du, können die uns nicht mehr sehen von außen. Wo soll ich die bitte schön finden? Die liegen hier rüber herum. Weißt du, sehen die uns hier nicht mehr. Ich hab' vorher auch schon total viele gefunden, ne? Ja, wo liegen die rum? Rüber rein. Da wächst jetzt keine mehr. Ja, was sind das für Bretter? Ja, einfach so Bretter, wo du dann... wo du dann dein Subventionen zumachen kannst. Ja, genau, ich bin anscheinend down. Ich würd nur gern wissen, von was. Oh ja, du hast es natürlich nicht überlebt, auf jeden Fall. Hä, wo sind die Bretter? Ich bin down, ich brauche Hilfe. Ich brauche Hilfe. Wo sind die Bretter? Ja, überall. Irgendwo. Versteckt. Jetzt sollen wir die als erstes suchen. Ne, das ist ja hier erstmal anders. Ach ja, jetzt bin ich auch noch eingesackt. Das kannst du nicht so machen. Wir müssen das heimlich schaffen. Hey, du hast sogar Medizinkoffer dabei. Ja, wieso? Wie kannst du ihn einsetzen? Hey, ich hab schon Bretter irgendwie. Ja, hast du ja auch. Ja, wie kannst du den Medizinkoffer einsetzen? Gar nicht. Hier drückt mal G oder so. Ich sag, du musst auf den Boden schauen und G drücken. Ja, ich hab ihn dabei. Ja, kannst du ihn so setzen, oder? Ja. Das ist ja nicht gut zu wissen. Ja, den würde ich nämlich dann direkt irgendwo hinplänen, wo, wo, ähm, am besten neben dem Bohr oder so, wo wir alle erreichen können. Oh ja, klar. Ja, ich bin schon verhaftet. Braucht zwei Minuten noch, zwei Minuten dreißig, bis ich erst freikomme. Und ich hab keinen Bock mehr, Alter, drei Minuten jetzt da warten. Die, da ist doch scheiße. Die, da ist doch scheiße. Die echt scheiße. Was ist, da gibt's so wenig Missionen? Aber ich habe die Zeit das gibt es doch nicht oder? das darfst du mir nicht fragen, ich weiß auch nicht das wird Teenager, nichtlla Bis zum nächsten Mal.